Warum bevorzugen Sie das Futter von Wettkonzept? Na, weil unser Baby nur das Beste bekommt. Weil es lecker ist. Na, für meinen Lug. Ich arbeite im Security-Geschäft. Weg vom Zaun. Da muss man auf Zack sein. Und es schmeckt. Na, für die Figur. Mir kommt doch nicht alles in den Napf, Darling. Ich bruch Power. Und alles andere bringt einfach nichts. Ja, so ist das. Für jeden Typ, für jeden Bedarf. Einfach immer richtig. Das Futter von Wettkonzept. Oh, wichtig, Thor. Natürlich auch für Katzen.